So Bruder. Schön, dass dir mal kein Schiff erfolgt. Hast du dir schon gecraftet, was zu craften brauchst? Nein, nein, ich muss erst alles zusammensuchen, wo das Zeug hier ist. Und auf der Insel? Äh. Die schnapp ich mir. Was ich fragen wollte, Bruder, wenn du ja diese Netze machen willst. Reicht es dir von der Breite oder sollen wir das Schiff noch größer bauen? Für den Moment ist es mutiger. Für den Moment. Und später bauen wir ja sowieso nochmal um. Ja, natürlich. Okay. Ich nehme mir noch kurz Professor mit, ne? Die sind hinter der Insel. Ja, mach ruhig. So, jetzt habe ich auch endlich mal wieder einen Speer. Ich habe jetzt wieder 40 Dinge, du weißt, Planken. Genau, Planken, die brauche ich. Wo sind Planken? Wir haben keine. Andi holt es. Wir haben keine. Andi, der Planken, Mann. Ich gehe auch kurz auf die Insel, Bruder. Ich hole auch helfen, kurz mit den Planken, ne? Alles klar. Gut, dann mache ich den Rest waschen. Ich gucke jetzt noch schnell hier wegen der Insel. Wegen Unterwasser. Das Zeug. Weil das brauchen wir ja auch. Warst du schon oben? Oben? Hier ganz oben. Ja. Aber für uns nochmal gehen. Ja, da ist nichts. Da siegt ja manchmal. Ich möchte auch, dass wir unsere Erntefarm weiterbauen, also größer bauen mit den Kartoffeln, etc. Und dann können wir noch Mango-Farm bauen und so, dass wir halt nie Probleme mit scheiß Essen haben. Ja, Mann. Weil wenn wir mal auf längere Tour sind, brauchen wir natürlich ja auch sehr viel Nahrung und trinken, ne? Ja. Hi, hi, Mann. Lass mich dann Ruhe fahren. Ich ertrinke und kriege high Damage. Jeder wirst verdient, Matrose. Ich verdiene ein schönes Leben. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Hi. Andi, gib mir sofort Ding, ein paar Blanken, Mann. Ich küsse dein Herz. Das sind Stacks. Sehr gut. Äh. Herz high töten. Das ist nicht. Hast du auch schon einen Holzsperr, Bruder? Nein. Soll ich dir einen craften? Gerne. Ich könnte den High bisschen ablenken. Ich muss dir das Metall mitnehmen. Vielleicht, ich bin am Schauernern. Der trifft dich, der High trifft dich. Der hat zweimal nicht getroffen. Liegt dann vor dir, gell? Der trifft dich, der High. Der hat seinen Aim verloren oder so. Der hat dreimal nicht getroffen. Wär jetzt voll geil, wenn Andi auch aufnehmen würde. Dann hätten wir so drei Perspektiven, wo die Leute sich angucken können. Ähm, Planken. Ich brauche immer noch viele, viele Planken. Ich habe 40 Stück Tonie gegeben. Warte mal. Du hast jetzt aber nicht alle verfeuert, ne? Wer hat denn das Trinken leer gemacht und nichts reingemacht? Ich nicht. Ja, dann war ich das scheinbar. Alles gut. Du musst immer nachfüllen dann. Alles gut, alles gut. Ja, ich habe hier noch den Becher mit Salzwasser, sorry. Alles gut, Bruder. Hier, ich gebe dir meinen 20er Stack. Den Rest brauche ich zum Grillen, okay? Alles klar. Ich brauche Sand. Wir brauchen Sand. Ich habe Sand hier. Wie viel Sand brauchst du denn? Ja, so viel wie möglich. Ich habe erst mal zwei nur. Okay. Ich habe zwei Sand. Nein, ist ein Sand noch? Vielleicht haben wir in der Kiste noch irgendwo Sand. Ja, ein Sand auf jeden Fall. Okay, ich muss mehr Seil machen. Alles klar. Ja, das kannst du mit den Pollenblättern nehmen, ne? Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut. Okay, Captain. Ich würde dann einmal noch runtergehen, aber ich habe Angst wegen dem Hain. Der geilste Hainz-Gernz, ne? Hier ist schon wieder kein Wasser, aber... So ein Rotz, ne? Okay, Bruder. Sehr gut. Vielen Dank. Ja. So. Und... Gut. So, ich brauche noch mal was zu trinken. Ja. Ja, ja. Warte, wo ist die Kiste? Die Kiste ist irgendwo da... Ja, ich tue hier einfach alles rein, was ich gefunden habe. Ja, aber... Gib es doch einfach mir. Ja, ist schon eine Kiste. Ja, okay. Ja. Und noch mal rund. Wo ist der Hain? Ich würde sagen, ich mache die Sammelnetze hier hin, dann wird das so der Vorderteil des Schiffs. Ja. Mach ruhig, wie du denkst, Bruder. Wie du fühlst. Wir können dann später immer noch alles umbauen. Ja. Deswegen ist das alles eigentlich gerade kein Problem. Ich bin tot. Wie, du bist tot. Jetzt, warum? Ich bin tot. Wo ist denn eigentlich mein Hammer? Ich fliege unter Wasser. Ja, wie, wo unter Wasser? Hinter dir, Mann. Nein. Ich bin fast tot. Eigentlich ist ich schon tot. Ach so. Das ist scheiße. Dann sag doch nicht, dass du tot bist. Ja, habe ich extra gemacht. Wollt gucken, wie du reagierst, weißt du. Ich habe ganz normal gefragt, hey, wie, du bist tot. Okay, das war ein tolles Gespräch. Wo ist denn mein Hammer hin? Warum ist mein Hammer? Ja, mein Bauhammer, der ist einfach weg. Hatte ich den Auslicht nicht mitgebracht? Nee. Hier, nimm den. Ich bin auch gehört nicht. Ja, wenn nicht, hätte ich mir auch einen gecraftet. Alles gut. Äh, ich wollte gucken, wegen dieser. Genau. Okay. Wollen wir weiter? Ja, wollte ich auch was sagen. Wenn ihr wollt, können wir weiter. Ja, dann macht doch den an. Alles klar. Wie, wie rum? Ähm. Warte, ich mach. Äh, so. Jetzt geht's los. Nice. Du kannst hier was auf dem Größten wissen. Ist das Essen schon wieder leer, oder was? Ja, ich hab keine Planken. Oh, okay. Brauchst du ja nicht. Wo sind denn das? Ich glaub, wir müssen, wir brauchen noch mehr Kisten demnächst, Alter. Essenskiste ist voll. Gleich. Kisten sind auch klein, diese kleinen Scheißdinge. Da ist kein Lüt. Schütze, süße. Links wäre Lüt. Links? Links ist Lüt. Beigreif dann. Ja. 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 Ja, das ist ja klar. Kleiner Pisser. Ey, das Brutfläch ist. Schnell. Was? Tja, wollte ich mich wieder angreifen. Ich werf gleich mal den Speer auf. Äh, wir fahren aber wieder zurück, Freunde. Vorhin sind wir doch zur Insel gefahren, oder? Oder täusche ich mich? Wir kamen von dem Lüt drin. Das Problem ist, wo ist denn das Lüt? Ah, ja, ja. Ich muss nur von der Insel kurz weg. Links wäre Lüt. Alter, ich bin ganz hinten links da. Digger, wir schlafen einfach auf Dingen. So eine kaputte Plastikflasche. Du bautest nach links, hast du gesagt, ne? Ja, da links war Lüt. Habe ich eben gesehen, wo ich auf der Insel... Ah, da ist Lüt. Da können wir bleiben. Sehr gut. So. Also so, komm. Wie umständlich immer zum Lüt schwimmen. Egal, wo du hingehst. Es gibt überall Lüt. Nein, es gibt wirklich eine Stelle, da kriegst du keinen Lüt, Bruder. Nicht nur eine Stelle, aber da gibt es wirklich mehr. Das hatten wir mal, da war kein Lüt. Ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt geupdatet haben, aber ohne Witz, da gab es dann wirklich eine Stelle, da sind wir eine Stunde rumgeflogen und es gab keinen Lüt. Geflogen? Ja. Gesägelt, meinte ich. Ich habe ja erst dann auch ein paar Stunden gezockt und da hatte ich damit überhaupt keine Probleme, egal welche. Ja, das haben wir uns auch. Das Leben kann so schön sein. Das Leben kann so toll sein mit meinen Matrosen. Ja gut, dann. Und jetzt Singt alle mit Nein Okay Noch eine große Insel Nice Das wäre eine Story Ist das die gleiche Ne da sind Bäume draus Aber das wäre so ein großer Vogel Ja scheiß auf den Vogel Ja eigentlich ist der Vogel kein Problem Die Möwen sind aggressiver Ja die Insel sollten wir mitnehmen glaube ich Würde ich sagen Ich hab schon wieder keine Planken Freunde Boah Diese Grills hier Diese kleinen die verbrauchen so viel Planken das ist crazy Teppich Oh Jay Jammer Ich glaube diese Ding Haken hättest du doch hier Hinmachen sollen oder Äh diese Netze Ja nein ich wollte ja Ich hab ja gefragt ob wir hier Du hast du das da als Vorderteil wollen Ja wir können das aber ändern Wir können die doch abnehmen Die können Ja das können wir Aber das war halt bevor Andi gesagt Ja lass auf die Insel Ach links Ja lass die Insel mitnehmen Ja dann bau ein Du bist alles an die Schuld Digga ich bin tot Auch das ist Andi schuld Warum bist du tot Ja wegen Andi Ja Achso Wo ist denn das Bett Gut das ist das Bett Also Ja Als nächstes bauen wir Zwei weitere Betten Für Für die Nacht Cool hier waren drei Planken Trotzdem drin Alter So jetzt Jetzt Ein Dieser asoziale Hau mal ab Okay dann würde ich sagen Freunde Als nächstes Bauen wir Eine Vogelscheuche Dieser Pisser Ach das ist glaub doch noch Wir sind jetzt gleich In der Insel drin Ja dann Bau mal einen Anker oder so Ich kann grad nicht Wo willst du unbedingt auf die Insel Dann bau einen Anker Ja ich steuere einfach mal die Insel an Mhm Hier sind keine Steine Ah hier Jetzt hast du mich aber schwach gemacht Sag dir wir hätten keine Steine Also Jetzt verletzt du lange Verletzt du meine Gefühle So Sag wenn ich Ein Ding machen soll Placen soll ich verletzen Kannst machen wenn du willst Bruder Warte warte Ich bin gerade noch am Mich hochleveln Da ist die erste Schmelze So Wir haben noch nicht mal Platz Bruder Lass mal unser Schiff Ein bisschen Bauen Ja aber ich hab noch einen Okay ich kann mir mal die Insel an Ja geht Geht schon mal Ich komm gleich Ich komm gleich nach Okay Freunde Wir sind auf der Insel Auf einmal nur große Insel So Let's go Ah und was ich noch gesagt Was ich noch vorschlagen würde ist Dass wenn wir eine Story Revelante Gegende begutachten Dann gehen wir zu dritt Und keiner rennt vor Okay ich renne direkt vor Okay Alles klar Ah die Palmen kann man alle auch abbauen Die Palmen kannst du auch abbauen Genau Bruder Nice Hallo Zieger Einfach Georgie bist du es? Willst du fliegen Georgie? Oh Mann Ich hab ganz viel Spielzeug hier unten Georgie Du musst einfach nur mitkommen Du wirst fliegen Georgie Fliegen Und das Da kommt unser alter Freund wieder Da kommt der Kumpel wieder Der mich vorhin schon siebenmal getötet hat Tja Obwohl du auf dem Boot fassst Ja Ich hab Ich hab halt so ein Auto So ein Ziel auf meinem Kopf Und dann hast du Und der Vogel trifft halt dann immer Wisch Ah Wildschwein Ja Scheiß mal auf ihn Was für Scheiß mal auf ihn? Ne Dann Willst du jetzt alleine Gegen ihn kämpfen? Ja Ich suche eine Stelle Wo er stuck ist Weil ich versuche es Ich weiß halt nicht Wo ihr seid Oh Der ist bei mir Oh Ist bei dir ein Wildschwein Oder bei mir? Bei mir ist auch ein Wildschwein Das ist das gleiche Wie Dücken Wie Ich krieg schon hin Dass es irgendwie stuck ist Ich hab ihm den Hit gegeben Alter Also Lock dir mal hier hoch Ja der ist auf dich Ja jetzt ist das Höhlenpilch Höhlenpilch Ah Ding kaputt Der ist zwar nicht Ich hab keine Wasserhöhren Dann Dann kroppst du dich doch schon ein Du hast doch Planken gesammelt Ich brauch weine Scheiße Einfach die ganze Links Ja ja ich weiß Ich lauf auch die ganze Zeit J Bruder Komm mal kurz hoch Da ist ein Wildschwein Äh Ja ich komm wieder aus der Höhle Sorry Und gab's was interessantes in der Höhle Ja ne fette Kiste Geil War da was geiles drin? Ja ich glaub Bisschen so Stuff und so Hast alles mitgenommen Bruder Metallbagen Kletterpflanz Metallbagen sind wichtig Sehr geil Bruder Du bist einfach ein Inspektor Inspektor Gadget Aua du Hohrenvogel Danke Bruder Gerne Warum danke Warum bin ich bewegungsunfähig? Du hast mich doch irgendwo hingetragen Ich muss was essen Achso ich schwör Ich dachte geradezu Du wärst jetzt auch gestorben So geil Alter Was haben wir Botes weg Nur Gebotes weg Ich glaube Wenn du dann mich auf ein Schiff hingelegt hast Glaube ich würde ich die Folge beenden Für mich Oder ich lass einfach laufen Und schneid dann Mach einfach jemanden einen Cut rein Au Ja ich mach einfach jemanden einen Cut dann rein Oder Ja Aua Dreckfleisch So danke Bruder Du bist der Beste Eine beliebige Tasse zum Aufstellen Aber wir haben immer noch nicht alles gelootet Ne Ja Also Ganz oben zum Beispiel war ich jetzt noch nicht Mhm Okay ich werde das als nächstes Dann Alles klar Dann muss ich nicht Ähm Hast du den Hast du den Hast du alles gelootet beim Schwein? Schwein? Ich mein Ja Das hab ich gelootet Ah nice okay Dene rohes Fleisch Da Ui Hier ist ne Art Ah ein Shop ist in mir Ja ich glaub Dieser Shop ist in überall Ja ja Alles mit dem Jungs Dekorationspaket Mein Dekoration Oh ne Mein Inventar ist voll Egal ich ziehe jetzt erstmal so ein Ding Ja schmeiß einfach auch weg Was wir halt wirklich safe immer finden Uh Melonen Soll ich Wassermelonsamen wegmachen? Ja Wir können Wir Unser Schiff ist jetzt sowieso noch nicht groß genug Dass wir jetzt hier Wassermelonenplantagen bauen können Doch Meiner ist das groß genug Bruder Das äh Das äh Mittlere ist nur Zwei Dinge Aber geil Dicker Ich Wenn Wenn ne Plantagen Richtig Hier ist ne Plantagen Mein Gott Diese Möwe So Möwe Die scheiß Möwe Gut dann komm ich mal lieber zum Schiff Oh ich hab mein Inventar Oh Was denn Wo ist denn so Hä das sagt grad aus als ob du Ohohoho Was war denn das Bro Der ist einfach geflogen aufs Schiff gerade Bro what happened Ich weiß es nicht So geil Leute Der schwebt einfach ins Schiff rein So Ich war ja noch unter Wasser Plötzlich 5 Meter in der Luft man Ich hab's gesehen Unsere Ess Unsere Essenskiste ist voll Ich versuche jetzt mal ein bisschen zu sortieren Dass wir vielleicht ein bisschen mehr Platz haben Da hör ich Da hör ich aber jemanden schmatzen Da hat wieder jemand Hunger Ja Ja Natürlich Das Harte Arbeit Das 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 sind die richtigen Ja Können wir auch machen Bruder Das ist so geil Ich möchte Ich würde gerne alles doch Kühe auch Dann gibt's Kühe in dem Scheiß Dicker Was willst du sonst melken Eine Ziege Ja Das ging Stimmt Ziegenmelch Ja Ich bin Bruder Alles was Nippel hat Kann man melken Ja Willst du auch mich melken Ich will dich melken Und ich werd dich melken Ich melk dich wie ne Kuh Lauter Hier ist auch noch Essen drin Okay hier können wir ja Samen erstmal so drin lassen Oder so So großartig viel machen können wir eh nicht Also mit Gescheit Sozieren Okay ich kann auch Ich kann auch in der ersten Ding jetzt Essen rein machen Da haben wir jetzt auch wieder Platz Wo ist das Boot Leute Irgendwie ist es ein bisschen groß Dahin wo das Licht dich führt Bruder Hier ist kein Licht Das ist dunkel Genau dorthin musst du Und äh Gefällt es Ihnen Bei uns auf dem Schiff Natürlich So guck mal Jetzt sehen wir wo der Wind durchweht Ja nice Bruder Jo Du Du bist schon richtig schön am husteln Du hast schon gute Vorstellungen Ja danke danke Wir können ja auch Wände und sowas bauen Natürlich Aber das ist ja Jetzt noch nicht Ich weiß das Schiff ist noch viel zu klein Alter Ey dieser scheiß Vogel ne Ich kann mich noch nicht in Ruhe lassen Ich suche nur das Boot man Und er lässt mich nicht in Ruhe Mayday mayday Ich habe hier manchmal kurze Soundlegs Habt ihr sie auch Äh wie meinst du So ein So ein rasch Achso Achso Nö Okay Ich nicht Ich nicht Bist du nicht Ah sehr gut Dass du die Vogelscheuche gebaut hast Jetzt können wir ihn wegscheuchen Obwohl er nur auf dem Vogel Ding ist Richtiger Loser So Melonen sind auch gepflanzt Hinter dir Ey das ist am Sammeln jetzt Bin ich direkt noch Ich glaube Einmal muss er noch kommen Und dann ist er weg Wenn dann Andi da ist Könnten wir dann Weiter auf die Reise gehen Hallo Leute Du Assi Du kannst doch nicht das Wasser trinken Du musst doch die armen Blumen gießen Bruder Das war Salzwasser Weil ich es noch in der Tasse hatte Achso Okay Ich habe es gewässert Ah Ja gut Okay Ja dann Ja passt Ich Ich bin einfach dieser Ich habe viel gewässert Alles gut Bruder Ich habe den Wenn ihr wollt Können wir weiter flitzen Oder Oha Cool Alles klar Ich habe noch eine Flanke Ich habe noch ein Ich erforsche einfach alles Ja eine Flasche Du hast Portulatischer Wasserspäder Das müssen wir auch bauen Wenn wir später eine Riesenplantage Bauen wollen Oh guck mal Was jetzt alles kommt Du hast erlernen Vollstens Sehr gut Guck mal was da alles kommt Stationieriger Anker Der geht nicht mehr kaputt Netzwerfer um Tiere zu fangen Geil Das ist cool Metallfall Sehr gut Endlich Endlich hast du was sinnvolles gemacht Bruder Was hast du denn jetzt gemacht Ich weiß es nicht Der sagt nicht Bescheid Der war wieder irgendwo auf Reisen Oder Achso stimmt Jay hat doch die Metallsachen gefunden Und deswegen Bruder Nein Die habe ich noch Ich habe eine Schmelze Und hier habe ich dann mein Metall Und Metall ist halt wichtig Dadurch kannst du so viel Neues Beziehungsweise die Schmelze ist wichtig Da kannst du Sand zu Glas machen Damit auch diesen besseren Reiniger und so Aha Geil Man kann sich doch auch so ein Ah ich habe auch noch was zu erforschen Ja so Hier es gibt hier so ein Trinkglas Ja aber Trinkglas scheiß mal drauf Wir brauchen die Flasche Ja Warte Warte Ah Ah ich weiß wie man die Flasche Dann mach drei Stück Bruder Der ist Oh top Uh Bogen Na Uh Der Bogen war auch geil Wegen diesen Was Ding hast du gemacht Hast du das Klipper gemacht Jo Sehr gut Sehr stark Freunde Sehr stark Der einfache Bogen Sehr stark Der Bogen ist ein Bogen man Jo Das hört sich schon langsam Das hört sich schon langsam an Als kommen wir voran Ja Andi Hast du ein paar Planken für mich? Nein Ehrlich nicht? Nein Okay Scheiße Dann müssen wir mal langsam weiter Freunde ne? Ja Okay Ich kann nichts mehr kochen Ah Bogen kann man auch einfach aus Metall machen Geil Ja Aber Metall Ist es halt Ja Müssen wir ein bisschen Ja Natürlich Ein bisschen Farmen Wir haben ja auch noch zwei Inventar Die habe ich dann noch in die Kiste Honig Prost Fleisch Äh Ja Schmeiß es mal her Ich nehme alles Danke Hast du sonst noch irgendwas zu fressen? Nein Ich brauche halt unbedingt Planken Wir müssen wieder auf Tour Jo Und Gefällt euch das? Ich habe ein bisschen die Kisten sortiert Das ist glaube ich besser Hier die erste Kiste hier ist dann auch Essen drin Da werde ich auch Essen rein machen Das Game ist ja so ein krasses Gefahr Das ist ein Grind Game Hochzehn Aber es bockt alter Schliebe sowas So Und Das Das Käpt'n Jo Geht Ja Aber es ist besser als wenn ihr die ganze Zeit meine scheiß Kartoffeln klaut Da pisse Natürlich Okay Was haben wir hier? Ah Ich bin leicht rot wegen Essen Oh Okay Ja In der ersten oder zweiten Pisse Oh Da ist noch rohes Haifleisch Sag mir doch jemand Was Ja 14 Stück Rezept Gemüsesuppe Ja Lass es mal da drin Das machen wir Ja gerne Bruder Weil wir brauchen unbedingt Holz Du weißt ja die Richtung Hier ist eine Melone Oh Kartoffeln kann ich auch schon wieder ernten Alter Was ein Grind hier Ja das ist so zum Kaufen Ich muss die Tüche Oder schmelze ich denn Äh Ich lege nicht los Wir müssen ein bisschen gucken wie wir jetzt Irgendwie ging Ich würde sagen In der nächsten Also wir looten es so ein bisschen Und dann würde ich halt sagen Dass wir langsam das Schiff Ein bisschen weiter bauen Damit wir dann halt Diesen Empfänger und sowas bauen Ja dafür brauchen wir Kupfer Achso Ja okay Also diesmal wirklich Kupfer Ja Der Haie ist fast tot Der braucht nur noch ein paar Hits Ja Pisse hat schon wieder die Ecke abgekaut man Jedesmal die Ecke So gut dann Achso es geht schon weiter Ja ja Alles klar Sehr gut Ich überlege halt die ganze Zeit Denke ich gerade nach Wo könnte man diese komische Mülldinger finden Dass wir auch was Können wir ein bisschen weiter nach rechts Captain Hier ist sehr viel Loot da vorne Natürlich Ein bisschen nach rechts Und dann gerade wieder geradeaus Ich gehe kurz rein Ich will diese Kisten hier haben Aber es geht doch Richtig so Ja es passt Passt Ich wollte bloß die Kisten haben Hi Hier bin ich wieder Wenn ich ehrlich bin Wollte ich einfach nur Die ganzen Planken haben Alles gut Ich habe einfach überhaupt nicht Irgendwie An der Richtung gesteuert Oder so Aber okay Ja Habe ich gern gemacht Ja Danke dir Gerne Ich brauche Fucking Planken Um mir eine Hotspur zu machen Mach die doch mit Teilspäern Ja mit Das schon kraften Ja Gut Da mache ich ein Metallspärr Als nächstes Ich würde es aber noch nicht machen Jetzt gerade Hm Die wichtigere ist gerade Was dann Du sagst du dir Du sagst zu mir Mach die doch ein Metallspärr Und jetzt sagst du dann Auf einmal Es wäre besser Wenn ich mir doch keinen mache Kannst du es trotzdem mal machen Okay Ich würde sagen Wir gucken noch wegen Mehr Sammelnetzen Dass wir so auf allen Richtungen Irgendwie ein bisschen haben Ja Aber wir wollten das Schiff Ja noch ein bisschen breiter machen Aber das stimmt Wir können es ja eh abmachen Und dann wieder bauen Stimmt Ja ja Das ist ja kein Problem Ich vergesse das manchmal Mir tut die Sonne halt nicht gut Ja das kann passieren Kennst du das Gefühl? Ja sicher Zu viel Sonne Zu viel Salz Alles Ja das ganze verdammte Salzwasser Macht mich langsam müde Inventar voll Wo ich brauche Teile Nimm doch die Palmenblätter Und crafte dir welche Ja ja Und trinken erst mal kurz Paul Ah nee Du hast eine Tasse Ich fühle gleich wieder auf Sehr gut Das ist Ding Mitarbeitergefühl Wenn nur jeder so wäre wie du Aber bei uns klappt es Die Harmonie ist nice Und überwinden Und überwinden Und überwinden